Was geht ab meine Freunde und damit zum zweiten Teil der Pyro Games. Ja nochmal ganz kurz bevor das Video losgeht, für diejenigen, die jetzt noch nicht wissen, was bei den Pyro Games so abgeht. Das ist jetzt kein Feuerwerk, was 15 Minuten am Stück läuft, sondern da sind vier Teams, Pyro Teams, Pyro Techniker angetreten, die jeweils ihr Feuerwerk geschossen haben und am Ende konnte man dann abstimmen, welches am besten war. Ihr werdet jetzt immer unten links, ich weiß nicht alle, ich weiß nicht wie lange das geht, ich schneide ja die Highlights zusammen von dem Feuerwerk, alle zwei, drei Minuten circa unten links eine Zahl aufblinken sehen, die 1 ist für das erste Team, was angetreten ist, 2, 3 und 4. Ihr könnt dann auch am Ende in die Kommentare schreiben, welches Feuerwerk ihr am besten fandet. Und ja, dann geht's jetzt los mit dem ersten Team, das angetreten ist. Viel Spaß! 1, 2, Feuer, 3! Ich wünsche mir jetzt viel Spaß! 2, Feuer, 3! 2, Feuer, 3! 2, Feuer, 3! 3, 2, Feuer, 4! 4, 5, 3! 5, Feuer, 3! Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Wenn die Sonne schlafen gegangen ist und das Dunkel Gestalt annimmt, dann beginnt das Duell der Feuerwerke, die Pyro Games. Immer faszinierend, explosiv und wunderschön. Oft angelegt im Zauber der Zeit der Kaiser und Könige mit prachtvollen, funkelnden und armkrächtigen Feuerrägen. Manchmal wie ein riesiges Meer von leuchtenden Sternen am nachtschwarzen Himmel. Eine nicht alltägliche Feuerwehrkurskurs, im Duell um die Begehrte Feuerwehrkurs. Untertitelung. BR 2018 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 Ja, das war Feuerwerk Nummer 4. Hans-Pyro-Shows aus Wittborn. Markus und sein Team. Hans-Pyro-Shows aus Wittborn. Boer, Boer, Boer. Untertitelung. BR 2018